ja halli und hallöchen meine lieben freunde und damit darf ich herzlich zu einer neuen folge von sparks challenge begrüßen in der heutigen folge werden wir uns aufmachen ins ende den ender drachen zu schlachten und richte diesen sonnenaufgang es riecht nach das ist immer sehr gutes karma für sowas und ja wir gehen los wir gehen endlich los das hat zu lange gedauert ja da sind alle missgeboten missgeboten laufe ich überhaupt richtig das tue ich nämlich nicht in die falsche richtung laufen ist stark patrick und einfach vielleicht doch noch mit dem weg fährt mich an zwar einen zaun um unten kurz abend zu können sollte ich wegen links und unter wasser oder tür geht auch so dann let's go endlich habe wartet ja auch schon so lange drauf wie ich ja ich auch an diesem wundervollen sonder geht es doch nicht schön dass ein ender drücken zu schlachten oder ich finde nicht ich könnte mir keine schönere beschäftigung vorstellen als ein ender drücken zu töten könnte ich nicht mehr könnte ich mir nicht vorstellen im single player damals haben wir ja schon besiegt weil die sich noch erinnern ist relativ lange her und ja dann werden wir das natürlich auch in sparks challenge erledigen ist ja auch eine aufgabe bzw zwei einmal reichen töten einmal doch ein eis sammeln kolben und so haben wir dabei perfekt 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 ich muss sagen im single player hatte ich auf jeden fall besseres equip als hier weil da hatte ich den enchanting plus mod hier natürlich nicht ohne mods und so ist ja in den regeln und ja deshalb bin ich mal gespannt wie ich mich hier schlagen werde mein bogen hat zum beispiel auch nur stärke 4 mein schwert nur schärfe 5 aber ja ich bin echt schon mit boot dabei fuck boot haben wir vergessen egal das kann man sich nur noch kurz vorstelle äh kurz craften das ist ja nicht schwer das ist ja kein act das ist ja gleich gemacht du guck mal xp so müssen wir hier schon los fahren nee da hinten irgendwo ne oder wir müssen da rein ne ja da rein ja da müsste auch immer noch eine workbench und so von schön wäre ich dann schon finden das war der spinnengruß so hey yo bro ich kann spinnisch reden ich glaube wir laufen die falsche richtung das wäre echt richtig krass fail ich kann mich an hier an nichts erinnern jetzt wartet mal ich habe mir die koordinaten doch noch aufgeschrieben weil ich weiß ich glaube ich wir laufen in die falsche richtung richtig panik gerade aber gut ich habe die echt gelöscht ich habe die echt gelöscht das moment ganz ruhig patrick ganz ruhig wir sind niemals richtig leute oder sind wir da ich mein gott glaubt nicht ne forget it ne never never ever hoffen wir schon mal ehrlich um hinzulaufen weil ich zu blöd bin den weg zu finden bin einfach in die falsche richtung gelaufen ne es tut mir jetzt echt leid aber aber leute wisst ihr wisst ihr wisst ihr was wir jetzt machen einfach weil ich zu dumm bin und ich habe keinen bock jetzt da ewig hinzulaufen machen wir das jetzt ein bisschen schneller so ein bisschen schneller weil ich habe keinen bock euch so lange warten zu lassen ich mache das auch nicht weil ich zu dumm bin zum laufen sondern zu faul so weil ich euch einfach nicht warten lassen will ich hoffe das könnt ihr verstehen und ja jeder das steht in die kommentare schreibt wird gebannt nehmt was so moment mal ja nochmal jetzt haben fliegen wir ein bisschen und erhalte ich die musik mal willkommen zurück sollte ich etwas geschnitten haben wenn nicht dann nicht ne wenn nicht dann halt nicht ne moment mal gucken so dann machen wir wieder da da so dann dann leute können wir jetzt finally gehen in das nd eh da da steht sogar noch ein sound habe ich sogar voraus gedacht leute habe ich sogar voraus gedacht so moment gib na weh du schiffst mich jetzt in die lava rein eh das wäre nicht so cool so dann würde ich sagen auf drei eins zwei drei ah moment lad bitte so gib mir erstmal das weil wir müssen hier rüber okay wir sind hier weh wenn jetzt ein anderman kommt wir sind hier ganz schnell rüber so ah dann gehen wir mal nach oben dafür worfen wir den jetzt nicht zur not können wir die enderman auch kurz killen wir müssen halt einfach aufpassen wo wir hinschauen das werde ich schon hinkriegen nichts mehr an anderman anzugucken so hoi ich sehe den drauchen noch gar nicht irgendwie ah da ist er ja da ist doch heute jahre bis wir hier oben sind ja ah da kommt überall butz ey immer mit dem butz butze die butz oh da hören wir ihn schon da hören wir ihn krechzen und krälen und kreischen na das würde uns jetzt nicht weiter stören wir wollen nämlich jetzt einfach mal das zeug hier zerstören ich könnte auch alle mit dem bogen abschließen ich möchte den bogen für ähm ah ich möchte den bogen für oh die pfeile möchte ich für den enderdrachen aufsparen ah Angst das ist schon krass ich mag den enderdrachen ich finde das haben sie echt cool gemacht die idee zum kleinen boss zu haben in minecraft schon cool find ich stark find ich gut kann ich nur likes drauf geben Aua ah oh gott ach du scheiße das mich auch einfach runter wirft aus was hier ja da wir sind da gerade da ah ich hab mich hierhin angeguckt Moment da ist ja noch einer wir müssen recken ja hat er die leider nicht mit abgerissen wo ist der ich seh ihn nicht schnell hoch er kommt runter das habe ich schon wie den endermann angeguckt hat es mich gerade erschreckt hat es mich gerade erschreckt holy shit wir müssen hoch 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 schneller wo ist denn das wird aber ja putz ah 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 ich mag den enddrecken nicht mehr im single player war der einfache auf faktor haben wir schon Guckt nicht die endermann guckt nicht die endermann Dahinten Wursche Weiß es gerade nicht wir geben mal hoch Habe ich jetzt schon wieder hingeguckt oder Warte auch gut dass das so viele leitungen gemacht habe ich weiß nicht mal ob die alle reichen sondern mach mal deinen rest mit dem bogen Zur absoluten not Okay ich sind gerade nirgends Habe ich mich da hoch gebaut und habe es nicht abgerissen Okay doch nicht Hab mich gerade kurz verkügt Warte wenn wir hier noch irgendwie runterfallen Oder einen Fallschaden frecken dann weine ich Komm ich greife jetzt alle endermann an voll die gute idee Wie viele sind es denn noch aber ist das areal größer geworden? Oder mache ich das nur? Wie gesagt das ist relativ ich habe den endermann damals hinter 1.5 besiegt Jetzt schon auch ein stück weit her so Oh da ist er wieder Da Hi kleiner Kleiner vor allem Hey Na Schlag dich mit bösen altes zusammen Okay Da baue ich mich nicht hoch ne Das ist mir zu gefährlich Ben Was 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 Ich will nicht Ich will nicht Ich will Was Moment Ich cheat Nein Ich will es nicht mehr machen Ich cheat Jetzt juckt mich nicht Zu spät Okay Fuck Fuck Wollen wir das nicht so weit weg gewirft Holy shit Die ganzen Pfeile halt ne Ich weiß nicht ob ich es mir cheaten soll Aber ob ich es so nochmal machen soll Ich bin mir echt nicht sicher Oh Leute ich würde mich hassen wenn ich es mir wieder cheate Oh im Singleplayer war der Leuchter ey Ich habe echt gedacht wir legen den heute Aber irgendwie hat es nicht funktioniert ne Schade Ich hätte mehr aufpassen sollen Aber wir haben jetzt auch nichts mehr übrig ne Weil nichts mehr Ja ist toll Egal Dann würde ich sagen Ähm Was ist mit der weiteren Folge von Sparks Challenge Wir haben den einen Drang leider nicht besiegt Aber in der nächsten Folge Ich Jetzt mit cheaten Ja Juckt mich nicht Juckt mich nicht Ich habe mich gehört Ja dann würde ich sagen Wenn euch die Folge gefallen hat Würde mich jemanden daumen nach oben Oder über einen Kommentar Und wir freuen Link zur ersten Folge Und zur Place befindet sich unten in der Beschreibung Und auch also schon wieder Links Für YouTube Facebook Box So Hitbox Twitter Und Instagram Ich sage es für uns Und das ist heute aus Tschüss wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Bis zum nächsten Mal Dienstag mit gecheateten Items wieder Yay Und ja was geht es denn noch zu sagen Also Tschüss silly Tschüss 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 Tschüss